Zum Kanu gelangen. Oh, Success ist auch angekommen. Das heißt, ich habe jetzt 60.000 Geld. EQ. So, zum Kanu gelangen. Gut, das sollte noch machbar sein. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier die letzte Maya-Statuette irgendwo gleich finden. Ja, hier drin nicht. Ich halte ein bisschen die Augen offen. Andererseits müsste ja auf der Mini-Karte angezeigt werden, die Statuette. Also würde mich schwer wundern, wenn es nicht so wäre. Gut. Oh, das ging jetzt aber schnell. Dem Strom folgen, was? Okay, der Schein, den ich jetzt genommen habe, war einfach komplett unnötig. Ich habe aber keine optionale Geschichte, oder? Ich habe das... Ja, einfach nur einen Strom fahren. Weil ich hätte mir echt denken können, dass wir so eine Geschichte hier kommen, wie... nicht mehr als 50% Schaden nehmen, oder so. Aber im Endeffekt ist es egal. Also können wir das Ding ruhig kaputt machen. Das Kanu juckt keinen. Also nicht ganz kaputt natürlich, aber fast kaputt, oder hier? Eigentlich Strömung ist schon ein bisschen stark. Vor allem, du nimmst auch für jede... Für jede scheiße Schaden, ne? Obwohl du teilweise... den Bereich gar nicht, äh... mit dem Kanu berührst. Trotzdem nimmst du einfach... Schaden. So, ich habe jetzt mal R2 losgelassen. Das ist mal... Alter, als ob! Boah, die Kanu-Stauung ist ein wahres Fest. Ich habe R2 nicht mehr gedrückt, also das ist wirklich jetzt die Strömung. Aber ich werde das nicht schaffen, das ist ausgeschlossen. Weil man gar ein bisschen schwindelig wird. Ah. Wow. Wie es einfach runterfällt. Als ob es so eine Explosion gegeben hätte, oder so. Total übertrieben. Okay. Das hat jetzt angefühlt so ein bisschen vom Schadensmodell, wie in so einem... Playstation 1 Spiel, oder so. Keine Ahnung. So. Jetzt ganz ruhig, Alex. Ich hatte das ein bisschen unterschätzt. Ich hatte das Kanu als solches überschätzt, muss ich gestehen. Wenn ich die Strömung unterschätzt. Alter. hätte ich auch schwimmen können, hätte ich mich von der Strömung mitreißen lassen können. Ich hatte das sót, wie es ist. Ich habe die Strömung gefordert, Ich habe diese Kräste nicht mehr Zeit mir verkleinert. Trabags. Und dann bin ich ab, Aber das ist ja auch schwer. als ob ich habe so viel schaden genommen eigentlich nur einen schadensbalken sage ich mal verlieren dürfen jetzt habe ich einfach viel verloren kein mensch weiß warum na gut noch habe ich es nicht geschafft noch bin ich eher pessimistisch okay okay gucken da muss ich lang und unter nasser unter wassernetzwerk betreten also müssen wir hier runter da müssen wir oben irgendwo lang hangeln aber wo ich mir dann die aufgaben beschreibung durchgelesen habe dann festgestellt unter wassernetzwerk er hat auch wieder sehr stark an tomb raider mal sehen meine müden augen so wie das haben wir haben wir das schon mal hinter uns gebracht so trotz all dem müssen wir jetzt mal gucken wo wir hier überhaupt weiter kommen denn uns bringen auch die ganzen maya statuetten nichts wenn wir hier nicht vorankommen okay sie macht nichtmals anstalten zu springen das heißt es ist nicht die richtige stelle okay erstmal hier hochklettern das ist vielleicht auch eine idee ja gut ja meist machen wir wirklich die assassinmünzen sorgen tatsächlich weil es einfach nur drei stücke an der zahl sind kann ich noch irgendwas machen ah okay zwischen bäumen frei zu laufen okay okay ich tauch nochmal auf bisschen luft schnappen durch die unterwassertunnel navigieren auf die atemanzeige achten ja das wäre ganz gut jetzt habe ich irgendwie lust auf medica solid den ersten teil also ich verarschen ich muss hoch ich habe keine atemluft mehr verdauerlich ach so weil ich schaden genommen habe wahrscheinlich ne weil ich schaden genommen habe ist mehr atemluft flöten gegangen und dadurch okay ich verstehe das ist aber schon ein ganz schönes stück hier ne wieso habe ich denn jetzt schaden können ich bin doch hä ok ok ist eigentlich schlimm ich habe es ja geschafft so jetzt eine truhe geld 500 500 durch die Unterwassertunnen landen. Ich habe es aber ehrlich gesagt nicht ges- Alter. Es sieht nicht so aus, als wenn es hier weitergehen würde. Unter Wasser. Also müssen wir probieren hier irgendwo hochzuklettern oder so. Ich bin verwirrt. Weil es hier so nicht so aus ist, wenn man hier klettern könnte. Unbedingt. Ehrlich gesagt. Es wird ja wahrscheinlich auch stehen. Klettern sie. Meine Fresse. Klettern sie irgendwie hoch oder so wird ja da stehen. Ich hasse unter Wasser Level in jedem Spiel. Das ist absolut. Das ging mit Super Mario damals auf dem Super Nintendo los und wie ein roter Faden bis zur PS4 durch. Ich hasse unter Wasser Level. Ja, da komme ich ja wieder. Ja, von da kam ich ja. Ich hoffe es nicht. Was übersehe ich denn? Sag mal, das gibt es doch gar nicht. Hier ist ja irgendwie keine Pflanze oder so, wo man hochklettern könnte. Aber ich gebe ein Hetze-Kabel gerade so auf die Eier, ne? Ich rastiere gleich aus. Das komme ich auch noch hinzu. Ich komme nicht weiter und dann... Ach. Weil das Hetze-Kabel schlägt die ganze Gegensätze. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Auf jeden Fall schlägt das immer aus dann. Auf der Anzeige. Ich raff's nicht. Ah, ich verstehe. Da geht's dann weiter. Okay. Dann müssen wir da lang. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Weil ich zu sehr damit beschäftigt war, irgendwie nach Luft zu ringen. Okay, also hat das... Hat der kurze Abschnitt hier nur dazu gedient, dass... Dass wir... Boah, die Unterwassersteuerung. Schwimm doch hoch, ey! Boah, ich raste gleich aus. Ich werde langsam ungehalten. Ich weiß, ob man es merkt, aber... Sie taucht einfach nicht auf. Es ist so zum Kotzen. Danke. Danke. So, Alex. Jetzt ganz ruhig, ganz entspannen. Hetze-Kabel habe ich jetzt behoben. So. Jetzt einfach nur runterschwimmen. So. Okay. Und jetzt dann quasi... Komm, schwirr ich scheiße durch hier. Und dann jetzt hier lang, ne? Ja, perfekt. Also war das nur dazu da, dass man nach Luft schnappen kann und nebenbei noch eine Truhe plündern kann. So. Als ob ich da was berührt hätte. So. Danke. Hey, 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 hey. Okay. Gut, hier geht's weiter. Die kann man erklimmen. Okay-do-kies. So. Jetzt ist die Markierung da oben. Ah, das ist wirklich der erste Abschnitt hier im gesamten Spiel bisher, der mir absolut überhaupt nicht gefällt. Das einzige Positive ist, dass wir die Maya-Statuette relativ zügig sammeln konnten. Aber alles andere hier ist einfach nur gerade extremst nervig. Na gut, das war ja der Bereich. Ich sehe jetzt nicht so wirklich, ob man sich hier irgendwo festhalten kann. Ah, da ist. Warte mal. Ja gut, aber es war ja, wir kamen ja von da. Wir müssen da lang. Überblick verschaffen, wo wir lang... wo wir lang müssen. Ja gut, aber es war ja. So, also, wir müssen da hinten hin. Okay, jetzt sind wir wieder hier, also dahin ist Blödsinn. Aber ich sehe nicht wirklich, dass man sich hier festhalten könnte. An dieser Säule hier oder was es sein soll. Aber normalerweise müssen wir da ja lang. Wenn man hier lang lauft, das muss auch eine Bewandtnis haben, dass man sich hier festhalten kann. Und dann da hoch. Wir haben zwei Möglichkeiten, wir probieren es mal hier. Okay, das geht nicht. Ja gut, da dran festhalten bringt uns auch nicht viel, weil wir kommen von da definitiv nicht da hoch. Oder ist da noch irgend so ein Seil-Ding? Aber ich habe jetzt keines gesehen, offen gestanden. Man kann sich auch nicht dran festhalten. Das ist, nee. Höchstens... Nee, auch nicht. Ich frage mich halt, wofür das hier sein soll. Diese, dieser... Diese Position, an der wir jetzt stehen. Da muss doch irgendein Bewandtnis haben. Ich weiß auf jeden Fall, das nächste Hetze, was ich mohen werde, wird Bluetooth haben. Definitiv. Nichts mehr mit Gabel. Ja, das Seil-Dings, das ist nur hierfür da, das... Ich gucke, ich muss gleich nachgucken, Leute. Ich komme nicht weiter, ich verstehe es nicht. Ich übersehe irgendwas total offensichtliches wahrscheinlich. Sowas zum Beispiel. Okay. Okay, auf die Wand habe ich jetzt wirklich nicht geachtet. Ich habe jetzt wirklich nur darauf geachtet, ob man auf eine andere Seite springen kann. Wir haben 96.000, sehe ich gerade. Das ist ja vollkommen krank. Okay. Also ihr merkt, ich habe gewisse Wegfindungsstörungen hier gerade in diesem Bereich. Ich bin einfach nur froh, wenn es vorbei ist. Dann kämpfe ich lieber. Okay. So, lass nur nicht runterfallen, bitte. Das wäre ganz... ...schlecht. ...schlecht. Hi. So, okay. Jetzt da hinten lang. Das sieht jetzt für ein bisschen freundlicher alles aus. Oh. Eine weitere Kammer. Das wäre so ein cooles Rätsel. Mit höchsten fünf Spielzügen lösen. Haha. Der Strahl muss von den Prismen reflektiert werden, um den Empfänger zu erreichen. Mit linken Stick und X willst du platten und bewegst sie auf ein angrenzendes, leeres Feld. Den Empfänger zu erreichen. Den Empfänger zu erreichen. So. Boah. Da war das andere Rätsel in der ersten Kammer schöner. Ey, ich dicke gleich aus, ne? Okay. Also die sind ja nicht mehr ausgewählt, die Dinger. Jetzt haben wir einfach gar nichts gebaut, was ich hier gemacht hab. Also erstmal wegen dem Empfänger sind wir uns doch einig. Der Empfänger ist doch hier unten. Also erstmal nach hier oben gucken, was hier Sache ist. Oder ist der Oben der Empfänger? Uiuiui. Okay, hier bin ich jetzt grad. Ich würde nicht sagen, ich bin überfordert, aber... Ich kann das auch nicht... Ah, jetzt. Da muss das Ding ja... Prinzipiell weg. Ah, wartet mal. Ja. Dann krieg ich das ja nicht weg. Okay. Ich weiß, wie ich's machen muss. Ich weiß, wie ich's machen muss. Okay. 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 Also. Ich weiß, wie's am Ende aussehen muss. Jetzt, also welcher Stein wo stehen muss. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich mein, ich könnte's doch... Okay, ich glaub, das geht ganz simpel. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub, das geht ganz simpel. Weil ich hab jetzt nämlich über mehrere Ecken gedacht. Ich hab jetzt drüber nachgedacht, mit drei Steinen zu arbeiten. Aber mir reicht heute der eine Stein. Gut. Alles klar. Gut. Da unten dachte ich, da war unten mal ja so ein freier Raum, dass da irgendwie was ist. Aber das war bei Resident Evil 5 nämlich so. Aber okay, wir haben's ja geschafft. So. Aber so rätseln mach ich an sich ganz gerne. Nur in der Regel sieht mir niemand dabei zu. Das ist der Unterschied. Okay. So, es kommen wieder zig Gegner und ich darf keinen Schaden nehmen wahrscheinlich.